Holz beziehen wir dann von hier unten aus. Genauso wie Stein. Hm. Hm. Wie ihr wünscht. Jawohl. Dieser Höhle vertraue ich schon mal gar nicht. Vielleicht mir hat sie gerade die einzigartige Möglichkeit, eine einzigartige... ...naja, Stadtform aufzustellen. Wir müssen nur einen Weg finden, einen vernünftigen Führer auszumachen. So. Und wir nutzen diesmal einen ovalen Marktplatz. Das ist unfassbar unmittelig alles. Nee, mittiger wird's nicht mehr. So, da hat sie auch durchaus recht. Wir sollten definitiv unseren Kram reparieren, und so schnell es geht. Wie ihr wünscht. Alles klar. Ei. Alles klar. Jawohl. Außenlager hat er gesagt. Sind das die Dinger hier? Wie ihr wünscht. Die sehen aus wie Außenlager. Jawohl. 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 Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Sofort. Ich glaube, wir können die noch nicht benutzen für irgendwas. Alles klar. Wie ihr wünscht. Sofort. So. Zu wenig Holz. Ich weiß, wie die Steuereintreiber mehr Geld haben. Das können sie ja. Das ist hilfreich. Wir brauchen noch mehr Holz. Dementsprechend sollten wir dieses Gebiet hier trotzdem noch holzen. Zumindest provisorisch. In kein Holz, dann dauert der Opfer ewig langer. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Personal. Sofort. Alles klar. Wie ihr wünscht. Ei. Fallen. Alles klar. Sofort. Ei. Klingruine. Oh. Oh, das sieht gut aus. Brautal. Ich zog ein Holz, aber ich kann damit leben. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. So. Schon unterwegs. Die Leute frieren ja bekanntermaßen. Die sind um zwölf Kleidungen. Konsumiert seine Augen, nehme ich an. Einbruch wird bald erschöpft sein. Nein, wir müssen Nahrungsmittel ansammeln dafür. Im Lagerhaus müssen Tierkörper ohne Ende sein. Okay. Deinbruch wird bald erschöpft. Oh. Oh, damit müssen wir vorsichtig umgehen. Befehl. Alles klar. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Verstanden. Jawohl. Ach, Tatara. Oh, echt Tatara? Keine Ahnung. Nicht sicher. Wir haben das Gebiet hinterher noch nicht erkundet. Das wäre eigentlich das Erste, das wir hätten erkunden sollen. Wie ihr wünscht. Blairlogie. Hier ist... Nichts. Interessant. Alles klar. Jawohl. Verstanden. Jawohl. Jawohl. Interessant. Alles klar. Wir haben auch das Lagerhaus zu reparieren. Ich weiß nicht, ob wir das direkt sollten. Verstanden. Ei. Ei. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Verstanden. Alles klar. Das Gebiet ist wirklich... Wie ihr wünscht. ...sehr tot. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Ein Schiffswrack. Geld. Sofort. Sofort. Alles klar. Sofort. Wie ihr wünscht. Verstanden. Jawohl. Sofort. Sofort. Ein Steinbruch ist erschöpft. Kurdi. Interessante Gebiete. Aber Ressourcen gibt es halt gar nicht. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Sofort. Schiffswrack. Das heißt, wir müssen mit unseren Steinen sehr vorsichtig umgehen wieder. Quickse... Wann haben wir automatisch das Quickseps zum letzten Mal gehabt? Das ist ja schon in Ewigkeiten her. Wir müssen das Lager ausreparieren. Wir müssen die Burg reparieren. Wir müssen die Burg ausbauen. Wie ihr wünscht. Alles klar. Sofort. Ei. Alles klar. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Verstanden. Sofort. Wie ihr wünscht. Verstanden. Auf euren Befehl. Jawohl. Verstanden. Wir passen bestimmt irgendwo auf die Grenze. Schon unterwegs. Sofort. Jawohl. Sofort. Einem Steinmetz vieles an Stein. Ei. Gut. Geben wir den Befehl, das zu reparieren. Sehr schön. Nun kann ich meine Sachen wenigstens ordentlich einschlagen. Ah, einlagern. Einlagern. Jetzt können wir wahrscheinlich diese Lager suchen. Jetzt können wir jetzt auch nach Ronalds Außenlagern suchen. Jetzt können wir Dinger benutzen. Okay. Ich bin mir selbst schon wieder zu weit voraus. Jawohl. Ei. Verstanden. Wie ihr wünscht. Verstanden. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Die Burg muss auf jeden Fall repariert werden. Den Steinbuch können wir nicht mehr mehr auffrischen. Die sind dann gelassen. Denn wir sind ja nicht in der Reise des Ostens. Ei. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. 15 Steine. Wir müssen mit den Steinen sehr sparsam umgehen. Ei. Verstanden. Keine unnötigen Mauen bauen. Sofort. Hauptsächlich Palisaden also. Fisch. Schon unterwegs. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Schon unterwegs. Jawohl. Verstanden. Welch. Auf euren Befehl. Verstanden. Verstanden. Haben wir eigentlich legit... Nein, haben wir echt. Wir haben nicht die Möglichkeit, hier separat einzustellen, was die konsumieren dürfen, was nicht. Schon unterwegs. Alles klar. Schon unterwegs. Jawohl. Wie ihr wünscht. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So. Vier von acht. Alles klar. Ei. Da ist noch ein Zwischenlager. Jawohl. Ei. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Das Lagerhaus ist voll. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Volles Lagerhaus ist nicht gut. Gut. Wir müssen die Buchse sowieso ausbauen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Und die Kirche müssen wir auch reparieren, fürchte ich. Das Lagerhaus kriegen wir für den Stein, die wir aktuell haben, sowieso nicht mehr ausgebaut. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Alles klar. Verstanden. Ei. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Oh, das ist auch ein Außenlager. Ei. Ei. Das ist nicht, okay. Sofort. Wie ihr wünscht. So. Nahrungsmittel bunkern wird eine schwierige Sache sein. Wir haben vor allem nur eine einzige Wildquelle. Wie ihr wünscht. Alles klar. Sie dürfen nicht zu viele Sachen auf Wild basieren lassen. Jawohl. Ansonsten kommen wir nicht an die 50 ran. Verstanden. Auf euren Befehl. Jawohl. Auf euren Befehl. Das Lagerhaus ist voll. So. Irgendwo befindet sich noch die letzte dieser Hütten. Jawohl. Wir haben ihnen in der Heuhaus noch nicht komplett alles gesucht. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Sofort. Jawohl. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Aber wo ist die letzte Hütte? Verstanden. Verstanden. Das Spiel speichert wieder. Erstmal wieder automatisch. Vor lauter Freude. Wie ihr wünscht. Das Lagerhaus ist wieder überfüllt. Das Lagerhaus ist voll. Okay. Wir brauchen sowieso Nahrungsmittel, die wir bunkern. Das Lagerhaus ist voll. Das Lagerhaus ist voll. Das Schild einfach nur gebunkert wird. Ein Außenlager finden wir wie immer nicht. Wie ihr wünscht. Das könnte aber noch weiter außen sein. Alles klar. Sonst wäre es ein Drinnenlager. Verstanden. Sofort. Auf euren Befehl. Ei. Sofort. Ei. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Alles klar. Das Lagerhaus ist voll. Ein paar Steine mehr. Ei. Sofort. Wir können auf die andere Seite noch nicht drüber. Auf euren Befehl. Alles klar. Ei. Sofort. Auf euren Befehl. Sofort. Hm. Alles klar. Irgendwo übersehen wir die ganze Zeit eine Hand. Wahrscheinlich bei demnächst mitten der Stadt oder so. Bisher nicht. Sofort. Das Lagerhaus ist voll. Alles klar. Bei denen in der Stadt haben die ein Außenlager. Oder die hier unten. Scheinbar nicht. Ich kann mich wie oft ich schon drüber gegangen bin. Bestimmt ganz oft. Schon unterwegs. Sofort. Auf euren Befehl. Das Lagerhaus ist voll. Jawohl. Alles klar. Alles klar. Ei. Sofort. Ah, genau. Wir haben auch nur Ruinen, die wir übersehen haben. Das heißt, wir haben definitiv noch irgendwas übersehen. Das heißt, das ist nämlich der Beweis, dass wir in der Lage sind, die Hände zu übersehen. Und kein Garantenbefehl, dass wir jemals alles sehen. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Das Lagerhaus ist voll. Auf euren Befehl. Sofort. Dieses überfüllte Lagerhaus. Aber hier. Da könnte das Zeug reinstecken. Das ganze Holz. Wir brauchen noch ganz genau einen weiteren Gerber. Dann muss das Spiel erstmal vor der Autofreude wieder speichern. Das Lagerhaus ist voll. Das Lagerhaus ist voll. Z검 maschent. Äh, blockiert das Gelände. Dann hier rüber. Da bist du. Verwört gold. Okay. Gut. Wir haben keinen Zugriff auf irgendwas anderes. Das heißt, wir müssen uns einfach so durcharbeiten, wie wir jetzt gerade stehen. Wir können, was Kleidung angeht, also noch einen Weber setzen. Machen wir auch. Also damit es uns nicht das ganze Wild, das ganze Tier leer räumt. Möglicherweise müssen wir noch eine zweite Heergehörte bauen, fürchte ich. Nächste Rechte bin er hat einen Palisaden. Diese Höhle wird sowas von zugemauert. Okay. Ach, Territorien. 30 Milch brauchen wir. Die müssen alle ausgebaut werden. Und wir brauchen 15 Reinegungsgüter. Verstanden. Ei, sofort. Territorien können wir jetzt schon mal fleißig einnehmen gehen. Vielleicht schalten wir nicht die Ressourcen frei, wenn wir die Territorien einnehmen. Wer weiß. Die Skalinde ist schon ganz schön teuer. Tausend. Da soll besser was Gutes bei sein. Wenn wir tausend hier verspringen lassen. Die Skalinde ist voll. Verstanden. Auf euren Befehl. Jawohl. Hier im Wiffel viel Holz. Auf euren Befehl. Sofort. Verstanden. Tatsache, die Ressourcen decken sich damit auf. Plötzlich sieht die Situation nicht mehr ganz so problematisch aus. Zumindest nicht, was Wild angeht. Das Lagerhaus ist voll. Schon unterwegs. Wir haben ein Territorium eingenommen. Wieder Eisen. Das Lagerhaus ist voll. Das Spiel speichert wieder dazwischen. Und das überfüllte Lagerhaus kann dann gleich endlich ausgebaut werden. Das Lagerhaus ist voll.